Wir haben alle im Moment dasselbe Problem. Die Freizeitparks sind geschlossen. Aber die Lichtbringer haben was für euch. Malz hat er jetzt willkommen beim Bright Review Videomagazin. Die Inverted Coaster sind da. Perfekt. Du musst dich beeilen, sie sind limitiert auf 100 Stück. Und wie komme ich da ran? Du weißt wo du deinen findest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020